Musik Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Minicraft die Hero Und ich bin einfach noch hier auf der Stelle stehen geblieben Wie ich gesagt habe es geht nämlich direkt weiter bei mir Und ich wollte das hier erstmal wieder ersetzen Also ich wollte das hier mal eben rausreißen Und da Hier sollte Holz rein eigentlich Und ja ich habe demnach den Hero Tode Rekord gebrochen Da ich die letzte Folge überlebt habe Und das macht mich ziemlich happy Also jetzt könnte ich theoretisch offiziell sterben Aber ich will nicht Ich werde sowieso jetzt sterben jetzt wo ich das gesagt habe Ich trottel Okay Jetzt muss einmal das so hier und dann so Meine Nase ey Das ist unglaublich Am liebsten würde ich sie mir abschneiden Nein natürlich nicht Aber das hier muss raus Alles raus Alles voll Und ja Ich versuche jetzt erstmal hier so einen kleinen Höhlentouch bei zu behalten Ich werde hier nicht sehr sehr viel mit Holz jetzt hier in dieser Ecke machen Ich behalte halt hier diesen Höhlentouch bei Und jucke mir dabei an der Nase Und dann meinem Kopf Und dann werde ich quasi hier einfach so einen Baum reinballern Ja So sieht es aus Ich hoffe ich kriege das hin Also ich gebe mein Bestes dass das auch gut aussieht Aber habe ich Clay Also Simon hat mich in der letzten Folge gefragt ob ich Clay habe Und ich weiß es gar nicht so genau Aber ich glaube Wie lange bist du noch da? Hab gerade Hab Gerade Eine neue Aufnahme gestartet Bis 1553 Okay Oh geil Oh nein jetzt wisst ihr wann ich aufnehme Oh Ich habe mir früher immer so Ganz ganz früher Wo ich auch noch YouTuber auf dem anderen Kanal gemacht habe Habe ich mir immer vorgenommen nie zu sagen an welchem Tag ich aufnehme Weil die Leute dann immer mir angeblich Vorwürfe gemacht hätten Habe ich immer gedacht Die würden mir dann Vorwürfe machen Dass ich doch Dass ich Dass ich die Videos immer so spät hochlade Also ich nehme die halt total früh auf Und bla bla Also früher war das ein bisschen merkwürdiger Zu der Zeit Damals war noch alles besser Aber Das hier dürfte doch so Ja auf jeden Fall habe ich mir das eigentlich nie gesagt Also Das soll schon mehr eigentlich Jolo Wayne train Mittlerweile Wenn sich irgendeiner Also Also wenn Leute irgendwie sagen sollten Ja Warum Nimmst du so auf Und bla Ich labere wieder so eine behinderte Kacke Sollte mich mal wieder selber erschießen gehen Langsam Aber er sagt er braucht mich mal kurz Dann bin ich aber mal gespannt Was er denn gleich von mir möchte Der Gute Ja okay Das sieht kacke aus Was ich tue Ich habe mir gerade unnötige Zeit damit verschwendet Okay ich glaube ich gehe mal Ganz ganz kurz nach oben Und tue mal ein bisschen Kobbel weg Weil das ist ein bisschen Ein bisschen behindert was ich hier mache Ich sammle die ganze Zeit Kobblestone und alles an Kobblestone Das kommt weg Und der Stohn Der kommt auch weg Und das hier Trash ich einfach mal eben da rein Die Bones trash auch da rein Das kann weg Das Die brauche ich auch nicht gerade Sand Na den behalte ich mal eben Das kann weg Da brauche ich eh nur einen Pfeil Und Schieße mich mal kurz an Mit einem normalen Bogen please Oh den habe ich gerade weg getan Äh Pam 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 Bitte Okay Jetzt habe ich Ja okay Gut Gut Zum Glück habe ich noch Pfeile Okay gut Das tue ich jetzt auch mal Weg In dieser kleinen Äh in diesem kleinen Fight Jetzt In diesem kleinen Fight Zwischen mir und Simon Ich habe ihn richtig umgesäbelt Aber der hat eine krasse Rüstung Also den wird man nicht so einfach down kriegen Ich glaube ich schieße ihm gleich mal so Sneaky mit dem Legia Bogen ab Um ihn ein bisschen zu erschrecken Das wäre auf jeden Fall witzig Ich glaube das mache ich mal Aber muss ich gleich erstmal gucken wo er hin ist Wenn er mich da nicht tötet ey Okay Das kommt da hin Das kommt da hin Und so Wo ist denn der Gute Hey der hat sich so abgelassen Hm Wo ist er denn Ist er in seinem Haus In seinem Baum Ist er das da oben Ja das ist er Bewegt er sich Ich glaube es liegt Oh 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 Gott Oh Gott Oh Gott Oh du Scheiße Der Schlawiner da oben Ich sehe ihn schon gar nicht mehr Das ist schon süßer der Simon Okay genug Genug Spaß gehabt Ah ja da hole ich mir nochmal ein bisschen Clean Stone Von da hinten Den ich eigentlich gerade weggetan habe Das war jetzt total dumm Stone So Und dann Gehe ich mal wieder da runter Und die Pilze scheinen sich Scheinen sich scheinbar zu verbreiten Das gefällt mir Ich mag Pilze Warum bloß So Und dann Muss hier noch ein bisschen Weg Und das muss alles angepasst Wer denn Ich hoffe ich kann einen Baum Wachsen lassen Sonst äh Sonst blende ich den einfach manuell da Das dürfte ja auch funktionieren Ja Und dann da Aber ich glaube diese Ecke Da nehme ich mal ganz ganz kurz Ist das die? Ja Das nehme ich weg Kann ich nämlich Nein 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 Ach ich bin so doof Dann mache ich nämlich einfach hier so Und dann Quasi so Quasi 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 Wort des Tages Hashtag quasi Verbreitet überall Hashtag quasi Quasi 2013 Bald 2014 Kurz nochmal Bett Äh Yes Go 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 Ist schon Nacht? That's disgusting Okay dann kann ich direkt mal was trinken Höh Mh lecker Isodrink Von Aldi Mh nom 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 Gesund Hängt der da oben noch? No Boah das ist so gut Also das hier mit dem runterspringen Das geht total schnell Ich bin einfach so schnell hier unten Das ist Incredible Übrigens zu dem Incredible Mittlerweile dürfte das ja hochklaren sein Deswegen habe ich das nicht in einer anderen Folge gesagt Ich habe Ich dürfte in dem Adventskalender von Herr Bergmann Durfte ich eine nette Rolle Sprechen Die jetzt Eigen Also das ist glaube ich der Zwölfte dürfte das sein Also das Das zwölfte Adventskalendertürchen Von Herr Bergmann Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen Und dann Könnt ihr ja mal Liebe Grüße da lassen Also Herr Bergmann LP Kennen bestimmt schon ein paar von euch Auf jeden Fall hat er Der macht einen mega coolen Adventskalender Und ich habe mir Einen Arsch abgefreut Wo ich gelesen habe Dass er gesagt hat Hey yo Willst du was für mich einsprechen Und dann Oh ja ich war voll happy Wie so ein kleiner Fanboy Ich bin auf jeden Fall da Verewigt in einer Kleinen Rolle Das verreut mich ein wenig So Zack Okay Ich überlege gerade Ob das So schon geht Weil ich bin mir nämlich noch gar nicht so sicher Weil irgendwie sieht das noch Äh Noch ein bisschen falsch aus hier Ich bin mir nämlich noch überhaupt nicht sicher Ich glaube Ne Sand Ist blöd Ich glaube ich mache einfach mal hier so Nein 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 Quatsch So und so Und dann kann ich da Redstone reintun So Und dann hole ich am besten gleich auch nochmal ein bisschen Gras 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 Das war was Das war eigentlich Gras 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 Entschuldigung Ah ja Das passt Das passt Das passt Und Genau und hier werde ich dann im Nachhinein quasi den Fluss Quasi Den Fluss weiterführen Oh mein Auge juckt Alles juckt Alles juckt Hier werde ich dann den Fluss weiterführen Und werde dann Wenn ich die Treppe hier langführe Werde ich das dann links neben der Treppe versuchen langzuführen Und das wird magnifikant aussehen Das wird wunderschön sein Wunderschön Ah Amore Äh Come on Wo kann ich das denn am besten anknüpfen So vielleicht Ja Sieht das gut aus Slaps Habe ich nicht Habe ich die vielleicht hier drin Äh no Hier No Aber hier Nein Habe ich scheinbar aufgebracht Dann werde ich direkt nochmal hier welche machen Und dann hier Zack Zack und zack Und dann kommt hier direkt nochmal was dran Ein bisschen Holz Muss sein Sonst wäre die Welt Nicht voll Sonnenschein Keine Ahnung wie der Text geht So Und dann Ja Das funktioniert so Dann mache ich auch mal Hier so Und dann Äh so Dann versuche ich das einfach mal Hier rein zu ballern Ich baller das da rein Pam So Sieht das gut aus Ja damit bin ich zufrieden Das gefällt mir Und Ja genau Das da oben wollte ich glaube ich einfach nur mit Holz füllen Sieht auf jeden Fall so aus Als wollte ich das Wo ist die Hitbox Ich habe keine Hitbox gerade Ach komm schon Dann mache ich das einfach so Oder sieht das aus Ne Überhaupt nicht Das sieht total beschissen aus Dann haue ich das hier einfach mal raus Und dann So Da muss dann Ich mache mir mal kurz hier so eine So eine kleine Hilfe So Dann muss ich kurz meine Schaufel rausholen Weil das will ich nicht per Hand rausballern Und genauso das hier auch nicht So Dann kommt hier ein bisschen Log rein Da Genauso wie hier Ich habe auch noch Habe ich noch was hier drin Eigentlich habe ich noch was Da Nein Das war die falsche Tasche Da Aber habe ich da gerade Diamanten gesehen Ach Tatsache Okay Dann werde ich die Diamanten auch mal hier so ein bisschen verbauen Äh So Genau Nur das Beste für mein Haus Äh Aber das hier Das ist da ein bisschen untergebracht Das mache ich dann am besten mal da hin Diamond ore Da Und dann Da Genau Und dann kann ich auch wieder hier hoch Huah So Hockei Huah geil Da muss wieder was Ach komm Da So 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 Wie lang Hast du Noch Bestimmt hört er jetzt hier im Moment auf Zwei Hockei Okay 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 Ich glaube Ich gehe mal mit einer Schere Wohin Ich wollte eigentlich Habe ich Eisen dabei Habe ich keine Schere oder Eisen oder sonst was dabei Das werde ich doch 100% dabei haben Oh da da Ja Okay Habe mich aber auch gewundert So Und dann Da Und dann da Dann werde ich nämlich direkt mal Ich glaube ich mache den künstlich Ich glaube ich mache auch keinen richtigen Baum dahin Da mache ich nämlich dann lieber Äh Ups So Und dann Huah Da Genau Dann kann ich nämlich Hier einfach Hier drauf einfach Ein Wood machen Und jetzt mache ich mir Da drunter ein paar Leaves drunter Weil jetzt habe ich ja eine Schere Da kann ich mir noch ein bisschen Stuff holen Haus von Rodbits Ah okay Tschüss Simon Der ist nämlich jetzt auch weg Der hat jetzt erstmal seinen Sold für heute erfüllt Der gute Mann Oh was wird denn hier Schönes gebaut Habe ich das irgendwie verpeilt Steht nichts dran Aber sieht mega gut aus Ich glaube das hätte Tadel gebaut Hat der Tadel das gebaut? Ich hoffe mal Ich hoffe mal Dass der Tadel das gebaut hat Und da oben sind wieder 10 Milliarden Monster Monster Aber ich habe auch nicht mehr lange Deswegen werde ich mich auch langsam mal sputen Das hier hinzukriegen Und ich möchte nicht die hier haben Ich glaube Ich probiere erstmal die hier Mal gucken wie das so aussieht Und dann gehe ich nämlich gleich auch direkt mal zu den Dingensbäumen Ja so 20, 30 Muss ich auf jeden Fall mitnehmen Weil sonst würde das nichts Dann gehe ich auch gleich direkt mal zu den Zu den Oakbäumen Und wenn ich schon hier bin Dann mache ich doch direkt mal so Ich muss hier mal auf jeden Fall Eine Silk Touch Schaufel machen Weil das ist so nervig Mit der Pickaxe Ich glaube das findet ihr auch selber ein bisschen nervig Deswegen Wird ich das zu eurem Gunsten auch mal tun Wird auf jeden Fall langsam mal Zeit Das zu tun Deswegen Okay 15 habe ich jetzt hier Och da haben wohl gerade die Chunks nicht geladen F3H Ne weil das war das F Nein F3H Ach stimmt F3H waren die Durabilities Ich Idiot War das F3A Ja Ja jetzt hat es nochmal neu geladen Hockey Dann brauche ich aber erstmal Dass die anderen Leaves Um mein Haus zu verschönern Oh yeah Wo ist denn das Andere Zeug Die möchte ich eigentlich Nicht haben Aber ich nehme die einfach mal mit Gib mir dies Danke sehr Aber Dahinten müssten doch irgendwo Die schönen Lockbäume sein Das ist ein Lockbaum Das nehme ich mir dann direkt mal mit Das schöne saftige Blatt Grün Was ich nicht mitnehmen kann Jetzt kann ich es mitnehmen Weil Das Zeug Das hier Das würde ich nämlich auch gerne Darin verbauen Aber das wird sehr wahrscheinlich So So eine ekelhafte Farbe haben So Ich habe nicht mehr so viel Zeit Deswegen mache ich kurz den hier Das Ding ist ja eh nicht viel wert Come on Yeah Okay perfekt So Und es ist weg Dann werde ich direkt mal nach da unten gehen Hui Und dann Kann ich auch direkt mal Hier Meine schönen Oak Leaves anbringen Oh ja Das ist ein Traum Ein Traum ist das Wunderschön Nicht Ähm So ganz zufrieden bin ich jetzt gerade noch nicht damit Ich bin noch nämlich nicht so der Nicht so der Baumkünstler Um ehrlich zu sein Das muss nämlich noch Da muss ein bisschen was gemacht werden Aber das sieht Oh ja Ah nein Warte das muss ich nochmal neu machen Also Ich habe nicht mehr viel Zeit Also ich habe jetzt circa nur noch eine Minute glaube ich Und deswegen sage ich einfach mal Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch mal eine positive Bewerbung da Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare Was ich tun soll Ich konnte nicht auf die von letzter Folge eingehen Weil die ist jetzt zu meinem momentanen Zeitpunkt Noch nicht mal geschnitten Deswegen braucht ihr euch da nicht wundern Ich gucke auch mal direkt wie die hier aussehen Ah ja die sehen Die sind weitaus saftiger Deswegen werde ich doch mal kurz die hier verwenden Und ähm Dann gucke ich einfach mal Wie die Wie das so aussieht Aber das hat mir auch keiner in die Kommentare geschrieben Dass die irgendwie großartig saftig aussehen Die sind auf jeden Fall saftiger aus Als die anderen Blätter Hm so Und dann Dürfte das Das dürfte doch eigentlich relativ gut funktionieren Damit kann man doch so Theoretisch leben Ja Und dann mache ich auch mal ganz ganz schnell Ich weiß nämlich gerade überhaupt nicht Wie viel Zeit ich noch habe Auf jeden Fall Wie gesagt Wenn euch das Video gefallen hat Schreibt es in die Kommentare Und ähm Oder lasst halt Eine positive Bewertung da Und ähm Habe ich jetzt ganz ganz schnell noch Bau mir da Sonst äh Beende ich die Folge Ja das habe ich auch noch da Ich werde dann einfach ganz ganz kurz Ein bisschen überziehen Aber sagt es keinem So da So Und das hier kommt ja eh weg So Dann kann ich direkt nochmal hier machen Zack Und ja Dann sage ich einfach mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Hau da rein Hau da rein Hau da rein Untertitelung des ZDF, 2020